Musik 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 Heute können wir sehen, dass es nicht nur eine Solo-Dance gibt, die meisten Frauen machen wirklich eine Show. Sie vorbereiteten etwas Besonderes für diese Solo-Dance, und es war sehr interessant zu sehen. Was würdest du gerne in dieser Solo-Dance zeigen? Ich denke, es ist schön, ein bisschen intro zu machen, oder am Ende. Vielleicht muss es nicht zu lange sein, sonst können die Leute sagen, dass es eine Show ist, es nicht eine Kompetenz. Also muss man ein bisschen vorsichtig sein, was man macht. Aber heute Abend habe ich nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass alles gut ist. Niemand hat zu viel gemacht, also das ist gut. Aber du musst auf der Balance sein, wenn es zu viel ist. Aber heute Abend war es okay. Ein paar Sekunden. Du musst alles zeigen, ich denke. Du musst auch zeigen. Das ist auch der neue Juden-System, mit anderen Aspekten. Ich denke, das ist das, was du musst zeigen. Einfach alles zeigen. Du musst auch zeigen, die Offenheit, die Qualität, ein bisschen von allem. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017